Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich sein Wasser im Haus bzw. auch in der Wohnung für zum Beispiel einen längeren Urlaub oder auch eine Reparatur richtig abstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Beim klassischen Einfamilienhaus befindet sich der Haus am Schluss vom Wasser entweder im Hauswirtschaftsraum oder auch wie bei mir im Keller. Und da ist in meinem Fall jetzt einmal die Wasserleitung, welche durch die Bodenplatte hindurch geht und anschließend auch durch das erste Absperrventil. Dieses gehört dem Wasserversorger, weswegen wir hier wirklich nur im Notfall hantieren sollten. Dann kommt unser Wasserzähler und dahinter befindet sich auch schon das Absperrventil, welches für uns einfach jetzt interessant ist. Um dieses richtig zu schließen, müssen wir den Griff hier oben einfach mal komplett gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das sind meistens doch einige Umdrehungen. Doch man merkt auf jeden Fall, wenn ein kleiner Widerstand da ist, das sollte in meinem Fall auch auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt ist auch schon die Wasserzufuhr von unserer Kaltwasserleitung und vor allem auch von unserer Warmwasserleitung schon abgesperrt. Die Heizung ist übrigens nochmal ein extra Kreislauf, also da brauchst du keine Angst haben. Das Ventil hat mit unserer Heizung nichts zu tun. Wenn wir jetzt in keinem Einfamilienhaus, sondern in einer Wohnung wohnen, dann kommt es meistens vor, dass Kaltwasser und vor allem auch Warmwasser eine separate Absperrung haben. Hier also auch wieder ganz normal im Uhrzeigersinn das Ganze komplett zudrehen. Und diese Ventile können sich übrigens auch bei dir im Badezimmer oder in der Küche befinden. Dann schaut das Ganze aber in einer verkromten Version doch nochmal etwas schöner aus. Wenn man nun zum Beispiel also länger in den Urlaub, Pferd und Angst vor einem Wasserschaden hat, was bei meiner Oma leider übrigens schon mal vorgekommen ist, dann hat man es in dem Fall auch schon geschafft. Und wenn wir wieder nach Hause kommen, dann geht es einfach darum, dass wir unser Ventil einfach mal langsam gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Und sobald es dann wirklich auf Anschlag ist, dann sollten wir am besten noch einmal eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn zurückdrehen. Denn dadurch bleibt das Ventil einfach länger gängig. Ich würde dir auch noch empfehlen, dass du nach dem Urlaub das erste Wasser auf jeden Fall zum Gießen von irgendwelchen Pflanzen verwenden solltest. Denn dann haben wir auch wieder frisches Wasser in unserer Wasserleitung drinnen. Möchten wir jedoch zum Beispiel eine Reparatur durchführen, wie in meinem Fall bei unserer Wannenarmatur, dann sollten wir, nachdem wir das Absperrventil abgesperrt haben, einmal die entsprechende Armatur mittig ganz öffnen. Wir sehen auch schon, der Druck wird auf jeden Fall weniger. Und sobald wirklich gar kein Wasser mehr kommt, schauen wir nochmal, ob wirklich gar kein Kaltwasser mehr kommt, gar kein Warmwasser. Und wir können mit unserer Reparatur beginnen. Danach das Absperrventil einfach wie nach dem Urlaub wieder ganz normal öffnen. Wenn dein entsprechendes Absperrventil oder auch das Oberteil davon schon relativ alt ist und du das Ganze einfach einmal austauschen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.